In unserer gegenwärtigen Welt ist offenbar von den weiterführenden Einrichtungen so wichtig gefunden wird, dass sie einfache Kriterien finden, anhand derer sie ermessen können, ob Schule gut ist oder nicht, oder ob der betreffende Lehrer gut war oder nicht. Und nicht zuletzt, ob der betreffende Schüler geeignet ist, in diese weiterführende Karriere zu gehen. Und dieses Instrument heißt Zensuren. Und mithilfe dieser Zensuren wird nicht das gemacht, wozu Zensuren da sein sollten, nämlich eine kritische Rückmeldung über den eigenen Leistungsstand. Das finde ich auch neurobiologisch vollkommen in Ordnung, das will auch jedes Kind. Sondern diese Schulzensuren werden benutzt, um Bewertungen vorzunehmen und letztlich aufgrund dieser Bewertungen über Karrieren zu entscheiden. Und das ist unmenschlich. Und deshalb muss man das wahrscheinlich in Zukunft nochmal überdenken. ob man da auf dem richtigen Weg ist.